Das Bestattungsinstitut Vereinigter Schreinermeister Schwetzingen und Umgebung ist der Zusammenschluss mehrerer Schreinermeister, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Ihnen im Falle des Verlustes einer nahestehenden Person einfühlsam und professionell zur Seite zu stehen. Unter anderem beraten wir Sie umfassend und individuell, besorgen nötige Dokumente, koordinieren die Termine mit Friedhof, Pfarrer oder Trauerredner, überführen zum Friedhof oder Krematorium und informieren über den Bestattungsort. Sie können zudem aus zahlreichen Bestattungsmethoden wählen, wie der Erd-, Feuer-, See- und Luftbestattung. Oder Sie entscheiden sich für naturnahe Varianten, wie die Almwiesen sowie Baum-, Bergbach- oder Felsbestattung. Schöpfen Sie zudem aus unserer großen Auswahl an Särgen, Urnen-, Decken- und Sterbewäsche. Auch übernehmen wir die pietätsvolle Einkleidung und Einbettung des Verstorbenen. Mit Fachwissen und Erfahrung unterstützen wir Sie zudem bei der Organisation und Durchführung der Trauerfeier. Gerne entwerfen und veröffentlichen wir für Sie Todesanzeigen, Trauerbriefe sowie Danksagungen und Nachrufe. Wir beraten Sie außerdem bezüglich der Bestattungsvorsorge, in der Sie frühzeitig alle Dinge Ihrer Bestattung regeln können. Bestattungsinstitut Vereinigter Schreinermeister. Wir erarbeiten durch persönliche Beratung individuelle Lösungen für jeden Einzelfall.